Mit JavaScript kann ich HTML-Elemente aus dem Nichts erschaffen oder sie auch löschen. Ich habe hier ein Dokument, in dem es eine Überschrift gibt und im JavaScript-Teil habe ich erst die Konsole geleert. Wenn ich auf Element untersuchen klicke und den Inspektor öffne, also hier rechtsklick, untersuchen oder Kommando Alt I für den Inspektor, dann sehe ich den Tag Body und darin, das Kind davon, ist diese Überschrift und dann habe ich noch etwas Code, der vom Live-Server-Plugin aus Visual Studio Code hier in die Seite kommt, damit die immer updatet, wenn ich im Code-Editor speichere. Das lässt sich nicht vermeiden, dass hier noch etwas Zeugs drin steht. Aber das ist sonst alles und in der Konsole steht, dass die Konsole geleert wurde, weil ich schreibe Console Clear. Und jetzt könnte ich zuerst mal versuchen, diesen H1 Tag anzusprechen. Dazu schreibe ich eine Variable, Const Heading gleich Document Query Selector H1 und dann, wenn ich sage Console Log Heading, dann müsste das hier erscheinen. Und was ich jetzt tun kann, ist, ich kann sagen, Heading Remove. Das ist eine Methode, die jedes HTML-Element hat und jetzt siehst du, das ist hier verschwunden. Und wenn ich in den Inspektor klicke, dann sehe ich auch, dass im Body hier dieses Element verschwunden ist. Ich kann auch den ganzen Body löschen. Ich kann das direkt in der Konsole schreiben. Ich kann schreiben, Document Body.Remove. Und jetzt ist das weg. Wenn ich zurück in den Inspektor gehe, dann ist hier nur noch der Head-Tag, aber kein Body-Tag mehr. Das ist natürlich nur temporär. Ich sehe ja hier meinen Code immer noch. Die Datei wurde davon nicht tangiert. Das geht hier nur um das Dokument, so wie es im Moment im Browser existiert. Wenn ich das Dokument aus dem Netzwerk neu lade, dann ist das wieder so wie gehabt. Natürlich fehlt immer noch die Überschrift, weil dieses JavaScript-Programm, das wird natürlich ausgeführt. Und wenn ich das wegnehme, dann ist auch die Überschrift wieder da. Also Remove, das ist eine Methode, um ein Element zu entfernen. Und jetzt umgekehrt, das Herstellen eines Elements, das ist etwas aufwendiger, weil ich es nicht nur erschaffen muss, sondern auch noch sagen muss, wohin im Dokument, dass das kommt. Zuerst einmal erschaffe ich das Element. Ich könnte zum Beispiel einen Paragrafen anfertigen und sagen, zuerst brauche ich eine Variable, damit ich überhaupt eine Referenz dazu habe. const my new p gleich. Und um das zu erschaffen, brauche ich eine Methode des Dokument-Objektes. Document create element. Und dann in Anführungszeichen, wie das heisst, p. Jetzt habe ich in my new p ein p-Tag, also wenn ich den in die Konsole schreibe, das kann ich auch hier direkt nachfragen. My new p wird erkannt und ich sehe auch schon in der Vorschau hier so einen p-Tag, also den gibt es schon. Aber ich sehe nichts, weil er natürlich keinen Inhalt hat. Aber wenn ich in den Inspektor gehe und nachschaue, dann hat es hier unter dem h1 oder innerhalb des Body auch keinen p-Tag. Jetzt kann ich diesem p-Tag auch einen Inhalt geben, my new p, inner text, gleich, hello world, natürlich. Immer noch nichts. Aber wenn ich in der Konsole my new p suche und nach inner text frage oder inner HTML, dann sehe ich hello world, also das Element existiert und es hat auch einen Inhalt. Aber ich muss im Dokument, das Modell des Dokumentes ist ja ein Baum. Du erinnerst dich an dieses Baumdiagramm, das aus Knoten besteht. Ich muss jetzt noch angeben, an welchen Knoten sich dieses neue Element anfügt oder wo im Baum dieser Zweig jetzt hinkommt. Und dazu sage ich zum Beispiel document.body append child. Also ich füge einem parent Element und das ist hier der Body Tag. Den muss ich nicht zuerst mit Query Selector suchen, document.body, das ist immer der Body Tag. Dem füge ich einen neuen Zweig an. Ein neues Kind kriegt er. Append child und dann kommt hier diese Variable my new p hinein. Und jetzt ist es da. Und wenn ich jetzt in den Inspektor gehe und den Body aufklappe, dann sehe ich H1, der Code des Plugins und tatsächlich steht hier p hello world. Und jetzt mache ich eine Liste und füge der Liste eine Reihe von Listenpunkten an. Du kannst auf Pause drücken und das zuerst selber versuchen. Ich nehme hier den Code, den ich bereits habe und sage my ul. Ich schreibe immer my vorne hin, um zu verdeutlichen, dass das etwas ist, was ich selber erfinde. Du kannst dem natürlich sagen, wie du willst und ul, das ist der Tag für die Punktliste. Ich mache ein neues Element, das heisst ul, das ist eine Liste und das hat keinen inneren Text. Die Liste, die ist meistens, die enthält keinen eigenen Inhalt, sondern die hat einfach Kinder, die dann als Punktlisten-Items gerendert werden. Das ist dann der lead-Tag. Und es heisst nicht my new p, sondern es heisst my ul. Und jetzt sehe ich hier unten diese ungeordnete Liste. Und jetzt schreibe ich einen for-loop, um mehrere Punkte zu generieren. Mehrere List-Items for let i gleich null. Und diese Iterationsvariable i brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche einfach etwas, was mehrmals ausgeführt wird. i kleiner als 10. i plus plus. Und jetzt sage ich const my li. Das kann ich da oben copy-pasten. Ändere statt den Namen ul auf li. Füge irgendeinen Inhalt ein. Also ich kann zuerst den Zweig in den DOM integrieren und dann Inhalt einfügen. Oder ich kann zuerst Inhalt einfügen und es erst dann ins Document Object Model hineintun. Das ist nicht so wichtig hier, die Reihenfolge. Sobald ich gesagt habe, Create Element existiert ist, und dann kann ich das eine oder das andere damit tun. Ich nehme mal eine Zufallszahl als Inhalt, damit die sich unterscheiden. Und jetzt sage ich nicht Document Body Append Child, sondern ich möchte ja dieses Listen-Element an die Liste anfügen, an den ul-Tag. Jetzt kannst du schnell selber überlegen, was ich hier schreiben soll. Und fertig ist die Liste mit 10 Einträgen, die Zufallszahlen enthalten. Und das ist die Liste mit 10 Einträgen, die Zufallszahlen enthalten. Und das ist die Liste mit 10 Einträgen, die Zufallszahlen enthalten. Und das ist die Liste mit 10 Einträgen, die Zufallszahlen enthalten. Und das ist die Liste mit 10 Einträgen. Untertitelung des ZDF, 2020